hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar diesmal wieder aus dem ls 19 süd hermann projekt ein wunderschöner mitte wünsche euch hier sind wir da stehen geblieben vor was nicht wie lange zeit beim und sehen auch um herr wo muss hier denn wo muss hier denn für morgen ist ja für ein Kollege wir können uns jetzt auch mal um das und tun schon mal wieder so, wo ist denn jetzt der Kollege der steht da rein das war's ja mal, ob man der Kartoffel stehen geblieben oder wir sagen, mach mal weiter so, dann schauen wir gleich wo wir da stehen geblieben sind und wie schaut's mit den Tieren aus haben wir da überhaupt Tiere die Bremsen sind genial und der tragt ja keine Leistung oder warum der zieht der das nicht so wo haben wir denn da schon wieder drin wo haben wir denn da schon wieder drin wo haben wir was steht da draußen und ja, da draußen warten ein bisschen dann sind wir noch Kartoffeln da sind schon mal weit so, Innenansicht woher und woher woher Miko spirito, ui, ui, ui Ah, joh So. Oh, das war ein Nebel. So. Punta um, aktuelle Dings, eh, nope. So, du har spurgt mig. Her er is, jeg er oppfølgte. Det er dyngre, eh, wow, jeg kan dyngre drene i Spatnik skin. Da fahre wir schnell mal los zum Händler. Und jo, bevor die Fragen aufkommen, nahe die Wochen gibt es leider kein Challenge Video. Da ja der Server nicht richtig funktioniert hat, haben wir keine Aufnahmesession machen können. Aber ich hoffe, nächste Woche kommt wieder wie gewohnt, Challenge. Und ja, nicht vergessen vorbeizuschauen. So. Eih, ich hab ja bare mal gewicht. also nur wenn die dinge noch so viel gewicht auf ist immer mal das machen wir wieder rabatt was genutzt man ist 800 so herr kollege jetzt kriegst du wieder ein bisschen druck von auf die füße das ist das was nicht mehr so leicht ist 800 kilo zu leicht meine kollege was man sieht denn schon wieder so So, von Madeline Korn. F-10. Nice. Ja, Kollege, so wird das nix. Wo ist es? Ich bieße nur da wieder ein. Was ist denn da hin? Ach, egal, noch ein Format. So, dann kam ein Dojo weg von. Pass das an. Du bist schon nur noch. So fahren wir mit denen nochmal auf den Hof, dann schauen wir weiter. Der Kollege ist beschäftigt, wo ist der jetzt da oben? Der braucht 20 Minuten, der braucht sowieso noch über eine Stunde. Schaut es da noch bei den Kleeren aus, Wasser haben sie genug. Strohball, jetzt habe ich aber keinen. Das dauert noch. So, schauen wir weiter. Das ist nicht mein Fakt. Muss man da noch was. Wie schaut es mit den Feldern sonst so aus? So, dann Düngen und Kalken. Dann werden wir natürlich schon die ersten Düngenstufen machen. Und ja, stopp. So, dann schauen wir weiter. Ich glaube, da ist nichts mehr zu machen. Das ist doch. Dann schauen wir mal nochmal. Das ist auch nichts. Es hat uns aber nichts zu tun, außer bei den Tieren nochmal. Schauen, ob da alles passt. Oh mein. Schaut es mir aus. Schaut es mir aus. So. Der ist wieder zum Entladen. So. Dann schaffen wir das noch. Dann sind wir auch schon wieder gleich fertig mit der Folge. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und jo, lasst euch gerne eine Bewertung da, vergiss nicht ein Like dazu, dass mir das gefallen hat und ein Abo, würde mich auch freuen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und dann schauen wir weiter in der nächsten Folge. So, dann war es das, bis dahin, macht's gut, tschau tschau.